So, und da sind wir auch schon wieder zurück hier bei The Legend of Zelda Majora's Mask im Pilkibernia-Tempel. Immer noch hier. An dieser Stelle, weil wir ja vorhin runtergefallen sind und nochmal den Weg gehen durften, worüber ich mich natürlich sehr gefreut habe. Also auf ein neues. Hier mal kurz rausstellen. So. Maske wieder runter. Weil ein Groen Link ist leider kein sehr guter Springer und hops. Aber dafür ist der normale Link ein sehr agiler Springer. So. Der Beste. Das könnte sogar stimmen. Komm da. Ich muss da mal durch. Lass mich bitte durch. Ich muss da hupen. Danke schön. So. Auf ein neues. So. Jetzt aber richtig. Wenn ich da nochmal runterfalle, schreie ich. Ich schreie, dass man das Haus zusammen mit sein muss. So. Perfekt. Jetzt müssen wir nur da vorbei. Ganz vorsichtig. Alter, ich komme keinen Zentimeter vorwärts. Nein. Ist das keine gute Idee. Es war zu früh. Oh, das war genau richtig. Hier. Oh, eine Tür. Guten Tag. Oh, hier sind wir. ganz vorsichtig eins nach dem anderen ich fall da runter aha ich glaube das wollte ich gar nicht schnell wieder zurück das bestimmt unsere gesuchte fehl drin so damit haben wir schon fehl nummer acht schnell so ist es die älteste hier ja ist die jetzt zurück 1 und 2 jetzt ernsthaft wieder zurück ich laufe den weg ja nur aus spaß ist ja nicht meine zeit die flüten geht wieder da lang ich bin nicht wütend nein angepisst zwei verschiedene sachen sind wir die türen schon gegangen uns da gerade mal kurz rein ich glaube was ist der gasse nach hier sind wir okay ich hatte das gibt mir einen weg und der wie ich lag ich weiß nicht ob es abkürzung ist aber wir gehen einfach mal lang schauze ich liebe das wenn man nichts sieht wir auch ein bisschen bitter wenn wir nach den 3000 mal wie wir hier lang gegangen sind jetzt auch fehlen werden hoch damit haben wir den part gerade erst begonnen stampfen ja Oh So. Wo darf ich denn so durch? Ich sollte meine Bestzeit davon nehmen. So, auf ein neues. Das ist so knapp. Jetzt geht er hier rüber. Das war eben schon so nackt. Was ist das? Oh, das ist ja. Dies war scheiße knapp. Da ging es zurück. Und da ging es auch rüber. Gut. Ha. Was geht es hier noch? Oh, ein Herz. Das habe ich gar nicht gebraucht. Oh, was? Hi. Guten Tag. Das ist mir ganz verrückt geworden. So. Kurze Corona-Maske ab, Pfeil in die Hand und dann heißt es Oki schießen. Hi. Oh, ja, ja, ich flitzt. Sie sind jetzt. Ich bin auf Eis. Alter! Ich bin noch kurz hier weg. Guten Tag. Ja, wenn der schon hier steht. Auf, Alter, nehm. Auf, Alter, nehm. So, war doch gar nicht so schwer. Wunderschön. Ähm, ich möchte das gehen aufmachen. Danke schön. Du hast den Feuerfeuer erhalten. Platziere... Entschuldigung. Im Inventar kannst du ihn auf C platzieren, um deine Pfeile mit der Kraft des Feuers zu umhüllen. Sehr schön. Die Seroglöchen sind nur Zierde, oder? Jetzt kommen wir wieder zurück. Wir haben ja hier dann jetzt die Möglichkeit, da lang zu gehen. Da ist wahrscheinlich eine Feder. Muss ja von oben kommen, oder? Glücklicherweise gibt es da eine Leiter. So, dann nehmen wir mal kurz die Feuerfeile. Und machen. Huisch! Freund Erfolg. Eigentlich müssten wir jetzt unten weitermachen. Da oben lässt sich, glaube ich, jetzt nicht mehr allzu viel ausrichten. Es geht nur da, danke. Da geh ich dir zuwege Liebe. Ich hasse sie! Wahoo! Ah, da geht sowieso nicht weiter. Okay. Ich glaube nicht, dass wir da hinkommen. Das war ich zu bezweifeln, aber wir können was anderes machen. Ich falle! Immer noch! Tiefer! Binde unten. Au. Das funktioniert immer. So. Was gibt es hier? Aha. Ich brauche Magie, keine Pfeile. Wenn es so weitergeht, können wir die Magiepfeile gar nicht einsetzen, weil wir gar keine Magie haben. So. Wir hätten gedacht, dass wir hier die Deko-Blume aber brauchen. Wo können wir jetzt hin? Ich weiß es nicht. Sag du es mir. Wow. Wir können ja durch die Gegend fliegen. Ach, da oben. Das muss mir doch mal sagen. Wer soll ich denn das wissen? Hi. So. Was ist das? Aha. Interessant. Ach, hier sind wir. Wie schön. Gehen wir mal gucken, was auf der anderen Seite ist. Wobei vermutlich finden die den gleichen Raum. Es würde mich zumindest nicht wundern. Ja, tun sie. Wow. Ich jetzt mal. Ah, Gott sei Dank. Ist ja nicht so, dass wir sparen müssen. Am Mundgeruch habe ich die Faxen dicke, meine Lieben. Und ja, da haben wir noch einen Raum ziemlich am Anfang gehabt, wo wir da nicht weiter konnten, weil da dieser Eisfläche war. Ist ja da, wo man über die Brücke rollen musste. Oh, ganz schön. Genau. Da müssten wir auch noch mal wieder hin. Da gibt es glaube ich auch noch eine fehl. Äh, apropos. Ist hier alles clean? Jo, hier ist alles clean. So. Jetzt einmal. Da hin. Da hin. Und einmal. Da hin. Und einmal. Da hin. Sesam öffne dir. So. Noch hier rüber. Ich will noch kurz zu den Katten da vorne gucken, ob wir ein paar Pfeile und Magie kriegen. Ich fühle mich gleich viel besser. So. Da lang. Und dann geht es da rüber. Und wow, da geht es dann fast runter. Und dann geht es da rüber. Und dann sind wir da. Und dann sind wir da. Perfekte Mundgeruch. So, Grundling. Gewalte deines Amtes. So. Wie geht es jetzt weiter? Das frage ich mich auch gerade. Aber es ist egal, wer die Seite wieder rauskommt, oder? So, ich gehe nochmal. Geh ich nochmal. Ja. Ach. Das tut ja keinem weh. Außer den Pötten. Wow. Dieser Weg ist unglaublich. Ja. Von wegen. Es ist egal, auf welche Seite wir rausgehen. Dies ist die falsche Seite. Ein bisschen da lang. Einfach weiter da lang. Wow. Das war knapp. So. Ja. Oh super. Hier geht es weiter. Wollte ich hier hin? Ja. Ich glaube, ich wollte hier hin. Oder? Nein. Hier wollte ich nicht hin. Dann wollte ich da hin. Genau. 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 Ich glaube, ich wollte da lang. Das war doch der richtige Weg, oder? Nicht so sicher deswegen. Aber ja. Hier wollte ich hin. Ich wollte. Wollte ich da durch? Oder wollte ich da durch? Ich wollte da durch. Ja. Den Raum meinte ich. Jetzt können wir nämlich. das machen. Und 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 dann auf Spiegel so. Brrr! Eine Truhe! Mit Schlüssel! gerade 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 das ist nicht gerade das ist gerade aber nichts passiert so gerade 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 das gerade so da wartet schlüsselchen auf mich kann dir zu hilfe ach ja schlüssel hier geht es nicht weiter gut dass wir jetzt über eine alternativ verfügen nämlich da lang kurz hoch immer schön treppe ruf ich habe wichtiges business und sagt schon wieder oben der maximale feile sehr schön so wieder hier die teile hier kommt jetzt einfach raushauen sinkt das teil ein bisschen zusammen und wenn wir halt alle sachen raushauen haben wir unser weg klingt nach dem plan finde ich auch gut dass wir einer meinung sind wir jetzt lang gehen normalerweise können wir uns da nicht mehr hochrollen oder langrollen nachdem müssen die welt die seiten hochgehen sozusagen neu würde ich sagen hier war noch ein raum wo wir noch nicht drin waren da war noch einer wo wir was die karte oder was nicht ich glaube der kompass war da glaube ich was ist voll die schneeball schlacht hier lässt mich ich habe gesagt wir sollten mich lösen soll man das alle ich hoffe ich es doch ok das sieht mir wohl mal sagen das sieht doch sehr verdächtig aus komm zu mir fehl ja ich sollte vielleicht auch die dementsprechende maske aufsetzen das sieht zu mir kommt so und damit haben wir schon 10 ich finde noch 5 so sonst scheint hier nichts weiter zu sein die karte zeigt ja keine schatztone mehr an und so von daher gehen wir mal weiter keine gnade gegen euch halt auf rum zu hüpfen wie die blöden was ist das vor allen dingen das auf damit au wie du siehst bin ich gerade etwas beschäftigt damit die ganobes verbrüder ernsthaft die letzten paar fünktchen was ist das oh das ist auch eine hinterherst du auch eine oh ja krasser scheiß okay und warum sind wir hier da kommen wir so nicht rüber aber wir konnten jetzt hier jetzt so hier guckt lieber aus dem weg räumen so so es fehlen noch wie viel fehlen drei nur noch ganz oben da waren wir noch nicht ich weiß gar nicht mehr wo der raum war um ehrlich zu sein wenn ich weiß wo das würde ich mich von hier einfach fallen lassen wir gehen erstmal ganz nach oben machen dabei bevor wir jetzt hier nachdenken und überlegen wir gehen ja eh nicht zum boss ehe wir alle feen haben ich will hier nicht zweimal reingehen so oh da ist jetzt eine blume na dann räumen wir da mal kurz rüber upsala hi boss wir können leider noch nicht zu dir aber das kann ich schon mal machen nimm dies so jetzt habe ich dir voll gegeben so wir holen schon mal den ähm den boss-schlüssel der 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 ist auf jeden Fall die tool da vorne ist der boss-schlüssel soviel kann ich schon verraten waren wir auf der seite schon? ah ne auf der seite waren wir noch nicht ich erinnere mich dunkel doch auf der seite waren wir schon auf der anderen Seite gegangen ich erinnere mich dunkel ich erinnere mich dunkel so der weg schlüssel 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 ich möchte nicht meine kleinen Deko händchen schließen und damit die Mastertür aufmachen das möchte ich tun so wir brauchen gleich wieder die Pfeile dann guess who's back Ich so nicht mal einen Spot. Tja, versuch mich doch! Die Tore sind irgendwie exibiert. Au, das geht? Oh, das trifft mich ja doch. Wer hätte das gedacht? Wie? Hat er immer diese Präzision hier? Das ist genau wie Majors in Ocarina of Time. Haha! Voll erwischt! Und das auf die Distanz wird verstanden. Mach's mir nicht so einfach. Das war jetzt nicht allzu schwer. Oh man, ich finde, der Tag hat fast angefangen. Erstmal, boah, Schlüssel holen. Und damit haben wir den Masterschlüssel gefunden. Jetzt kannst du die Kammer des Endgegners öffnen. Werden wir aber noch nicht, weil uns noch ein paar Feen fehlen. Das ist so, hier war doch irgendwo diese Nische. Lass mich raten, wir sind unten in der Nische. Wo war diese Nische? Nicht schreien! Nicht schreien! Nicht schreien! Alles gut! Wo ist diese in verkackte Nische? Die muss ja doch irgendwo sein. Ach da! Da ist sie! Oh, das wollte ich gar nicht! So! Gehen wir mal kurz hoch, springen in die Nische. Das dauert ja nicht allzu lange. Ist nur schön, dass man immer wieder die Dings nicht so gut machen darf. So, hoch! Der war um des zweiten Tages. Wir bleiben 48 Stunden! Immer noch! So! Na, da rein! Wo war jetzt die Nische wieder? So! So! Was ist da denn die Nische? Ich glaub hier war die. Noch mal kurz mal... Ja ich glaub hier runter war die. Ja ich glaub hier runter war die. Dauert jetzt ein bisschen. Glücklicherweise kann man ziemlich lange in der Luft bleiben, wenn man einfach nur in der Luft ist. Bewegung tun dabei heute mehr weh. Ich nehme den Bus in die Truhe. Alter, ich will das Stockwerk wechseln. Lasst mich das Stockwerk wechseln. Danke. Ähm, okay. Ja, ja, ist zumindest die richtige Ecke. Aber ich muss uns einfach nur zwei Stockwerk runter segeln lassen, sollte jetzt nicht so das Problem sein. Und sonst, Leute. Na ja, dann fehlt uns noch zwei Feen fehlen uns dann, glaube ich, noch. Ja, zwei Feen fehlen uns dann, glaube ich, noch. Guck mal eben nach. Ja, zwei Feen fehlen uns dann noch. Die sind bestimmt, ähm, in den Raum drin, mit dem... Äh, da wo wir den Kompass gekriegt haben, da ist bestimmt noch eine Feen. Weil da haben wir die Eisblöcke nicht kaputt machen können, die da waren. Und den Schalter aktiviert, der da war. Und dann haben wir noch die Truhe spawnen lassen. Oh, oh, nicht gut. Aber das wird jetzt was. Halt durch, Link. Das machst du gut so. Oh, 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 oh ist tatsächlich naja dann ist die frage welcher raum ist das jetzt so gucken wir mal da ist ja wahrscheinlich noch eine truhe oder so drin hier die beiden räume haben noch eine truhe dann werden die räume das auch sein das heißt wir müssen in die erste etage auf der unteren seite ist es hier sind wir so weit runter wollte ich nun auch wieder nicht also ich hau mal den längstens da die die säule darunter sieht damit wir uns hier besser im dungeon fortbewegen können das müssen wir da irgendwie rum gehen ich weiß gar nicht ob man da auf normalen weg hin kommt das war wenigstens überall hin schaut mal da sind noch zwei sachen die man wegschlagen kann tatsächlich das ist nicht das war genau ich glaube wir mussten über den raum hinein ja genau hier den raum meine ich hier konnten wir vorher nichts machen und hier sind garantiert noch viele fehlen weil zwei fehlen uns noch das kenne ich keiner war mach hin die junge danke na komm schlacht zu ich bin hinter dir das war das war so ich kann dich auch gleich weiter machen Oh, ist die süß. Oh, der rast ja ganz schön. Ähm, also. So, erstmal darüber, damit wir zur Truhe mit der kleinen Feder kommen und dann auf die, ähm, zurück, dass wir zu anderen Fählen kommen. Gehen wir nach unten, werden die Säule wieder hochhauen, wieder nach oben hoppeln und den Endless Cut machen. Ist das ein Plan oder ist das ein Plan? Das war knapp. So, das ist mal 14. Die andere ist wahrscheinlich da oben. Wow, voll im Kreis geflitzt. Ich Esel. Voll das Genie. Nein, ich muss was dazu geben. Nein, nicht so. Genau so. Beautiful. Das war nicht ganz so schön. Ich will doch nur da hoch. Geht doch. So, hier ist doch ganz hinten noch ein Fählen. Die ist doch bestimmt in der Truhe da vorne. So, und damit haben wir alle Fählen beisammen. Können wir jetzt ganz gemütlich zum Bosch marschieren. So. Hinab! Wo ist jetzt mein Schalter? Ich suche meinen Schalter. Ich suche meinen Schalter. Schalter, Schalter, Schalter. Nein, das ist kein Schalter. Aua, ich will doch nur zu meinem Schalter. Da wollte ich gar nicht lang. Doch, da können wir eigentlich auch lang gehen. Das ist ja viel kürzer. Das soll ja der extra Umweg. Wir können hier einfach hochfliegen. So. Da war es. Hin da! Ähm, ich stehe doch mal drauf. Was ist jetzt euer Problem? Was? Hallo, Blume? Ähm. Oh, oh. Okay. Okay. Es gibt Blumen, die mögen mich nicht. Was war das, bitte? Link, warum hast du losgelassen? Das Spiel hasst mich. Es hasst mich einfach. Ähm. Darf ich jetzt wieder die Blume? Das ist Pixelgenauigkeit. Man darf nicht ganz genau draufstehen. Man muss ein bisschen neben dem Loch stehen. So. So, jetzt. Was, 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 was soll das? Link! Wieso machst du das? Warum machst du mir den Kuma? Was soll das? Was soll das? Ich wollte da gleich hochfliegen. Jetzt geht das gar nicht. Alle verarschen sie mich hier. Das ist voll die Mobbing-Folge. Ich hasse mich. So, dann springen wir eben den Umweg. Oh, wir sind halt zu weit versprungen. Alle hassen mich. Alle mobben sie mich. Womit habe ich das verdient? Ich glaube, das nennt man Karma. Aber warum? Ich habe den Leuten noch nichts getan. Ich habe immer mein Essen aufgegessen. Vielleicht war das das Problem. Sind die jetzt alle wieder da? Das ist der Dungeon. Er ist nicht gerade mein Lieblings-Dungeon. Zumindest jetzt nicht mehr. Früher hatte ich nichts gegen ihn. Aber so langsam macht sich Unmut in mir breit. Diese Unmut könnte natürlich auch daran liegen, dass die Folge mittlerweile auch schon 35 Minuten lang ist. Also von daher würde ich sagen, wir machen in dieser Stelle eine kleine Pause. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Und ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Würde mich sehr freuen. Also bis zum nächsten Mal. Sag ich dann tschaui. Tschaui.